Hau ab! 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 Und wo bleibt der Rest? Die große Mehrheit, die weder die Polizei hasst noch gegen Politiker hetzt? Überall nur noch Geschrei. Da stehen sich immer zwei Gruppen unversöhnlich gegenüber. Wir bringen heute mal Ruhe rein. Herzlich willkommen dazu. Manchmal ist das Geschrei so laut, dass miteinander reden gar nicht mehr möglich ist. Ende August gab es eine solche Szene in Bergisch Gladbach mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die sinnbildlich ist für das Problem. Die Meinungen sind nicht mehr gewichtet. Jede ist gleich viel wert. Jede ist gleich richtig erst mal oder gleich wahr. Insofern, damit sie gehört wird wahrgenommen wird, muss ich sie immer lauter, greller, schriller, brutaler, oft finde ich wirklich hysterischer in die Welt tröten. Dadurch wird der Diskurs lauter, aggressiver. Ich glaube, wir haben insgesamt so etwas wie eine kommunikative Klimaveränderung in Richtung der Übertreibung, des Superlativs, der Zuspitzung. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass der Meinungskorridor nicht weiter eingeengt wird, sondern offen bleibt. Unsere Gesellschaft hat im Großen und Ganzen verlernt, mit unterschiedlichen Meinungen in aller Ruhe umzugehen, sauber zu diskutieren. Wohin führt das, wenn sauberes Diskutieren nicht mehr möglich ist und immer gleich die Person angegriffen wird? Ja, es kann eben dazu führen, dass Menschen ihre Meinung nicht mehr so klar äußern mögen. Wir haben schon von vielen Journalistinnen und Journalisten gehört, die heftig attackiert wurden und mit denen das was gemacht hat. Kaum jemand möchte aber öffentlich darüber sprechen, was massiver Gegenwind anrichtet. Inga Mattwig hat zwei Frauen getroffen, die ganz offen sprechen. Hanna Lühmann von der Welt und Sieglinde Geisel, die regelmäßig für Deutschlandfunk Kultur arbeitet. Früher hat Geisel noch für die Neue Zürcher Zeitung geschrieben, musste aber irgendwann feststellen, ihre Meinung passte nicht mehr so ganz zur Blattlinie. Der Ton war freundlicher als erwartet. Wir begegneten uns von Mensch zu Mensch und nicht mehr von Lager zu Lager. Mein Name ist Sieglinde Geisel, ich bin Journalistin, Literaturkritikerin vor allem und mache auch viel Radio. Ich habe über 20 Jahre für die Neue Zürcher Zeitung gearbeitet, vier Jahre aus New York als Kulturkorrespondentin, dann wieder aus Berlin. Und ich habe oft Dinge geschrieben, die nicht dem entsprachen, was im Leitartikel stand. Und ich habe mich immer ein bisschen gewundert, dass ich so viel Spielraum hatte. Und dann hat die Stelle des Feuilleton-Chefs gewechselt. Ich hatte einen Artikel, eine Reportage über muslimische Männer in Neukölln. Das war so nach der Kölner Silvesternacht. Was ist eigentlich mit diesen muslimischen Männern los? Ich zitiere den Migrationsbeauftragten des Bezirks Neukölln. Und er sagt mir, ja, wir stellen fest, dass mehr junge Männer aus diesen schwierigen arabischen Clan-Familien jetzt auch studieren und sich lösen aus diesem Milieu. Und ich habe die Reportage abgegeben. Dann hieß es, ja, wir hatten uns was anderes erwartet. Das liegt auf Eis. Und dann wurde ich vom neuen Feuilleton-Chef selber redigiert. Und ich empfand das Redigat in großen Teilen als tendenziös. Und wir haben uns dann ziemlich gestritten. Und von da an wurde auch das Klima einfach anders. Plötzlich gab es Themen, die heikel waren. Themen zum Beispiel wie Flüchtlinge oder alles, was mit Redefreiheit zu tun hat. Political Correctness, diese ganzen Geschichten. Und dann wurden auch Artikel dann nicht gedruckt, die ich geschrieben hatte. Das war früher nie vorgekommen. Und das war einfach etwas, wo ich merkte, ich fühle mich nicht mehr frei. Ich merke, es wird was ganz Bestimmtes erwartet. Und das war eine Erfahrung, die ich noch nie hatte. Und ich merkte interessanterweise auch, dann fällt mir nichts mehr ein. Dann werden die Artikel auch wirklich schlechter. Ich kann so nicht arbeiten. Ich bin Hanna Lühmann. Ich bin Autorin und stellvertretende Ressortleiterin im Kulturteil der Welt und Welt am Sonntag. Und ich bin vor einer Woche Mutter geworden. Ich habe ungefähr seit 2014 schon das Gefühl, dass Diskussionen im Internet, vor allem eben im journalistischen Bereich, im aktivistischen Bereich immer aggressiver werden. Und dass es eine gewisse Tendenz gibt, Leute anzugreifen, von denen man das Gefühl hat, sie teilen die eigene Meinung nicht. Und ich denke auch gleichzeitig als Journalist muss man das natürlich irgendwie aushalten. Das erste Mal, dass ich so einen richtigen Shitstorm hatte, war bei einem Feminismusthema. Wo ich so ein bisschen über das Phänomen des Internet, Aktivismus, Feminismus geschrieben habe. Und darüber, dass ich viele Sachen, die da stattfinden, sehr humorlos finde. Und damals hat mich das noch mitgenommen. Dass halt so getan wird, als würde man das Heere, Gute und Schöne verletzen. Einfach nur, wenn man vielleicht mal versucht, eine Sache von Grund auf zu denken. Da reagieren dann schon einige Leute vor allem auf Twitter sehr, sehr empfindlich. Und stellen einen halt schnell in eine rechte Ecke an Stellen, wo es einfach nur abwegig ist. Weil ich natürlich nicht rechts bin, also nicht annäherungsweise. Und das finde ich jetzt sehr schade, so diese Polarisierung. Also dass es immer nur noch dieses Entweder-oder gibt. Es ist einfach ein sehr erhitzter Diskurs. Es ist vielleicht fast nicht eine Verengung, sondern es ist die Empfindlichkeit, die gestiegen ist. Ich glaube, dass man manchmal das Gefühl hat, dass die schärfste Kritik schon wieder von links kommt gegen die Linksliberalen selber. Das hat auch einfach mit dieser unseligen Überhitzung zu tun. Also wir sind jetzt einfach in einem Stadium, das ist wie so, wenn sich eine Wunde entzündet. Dann ist jede Berührung schmerzhaft. Man kann gar nicht mehr trennen von dem, dass es eigentlich eine Berührung war, die nicht wehtun wollte. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Angst, das Falsche zu sagen oder die falschen Begriffe zu verwenden, das Denken nicht unbedingt klarer macht. Und ich versuche natürlich nicht, mich selbst zu zensieren, aber diese Angst schreibt schon mit. Und wenn ich da nicht einfach in mich hineinhören kann und verschreibend herausfinden, doch, ich glaube, das passt zu dem und das, wenn ich das in dem Kontext sehe und so weiter, dann bin ich verloren. Wenn ich schon weiß, ich darf aber nicht zu sehr auf die Seite, ich muss aber auch noch bemerken, dass es noch den Aspekt gibt, dann bin ich verloren. Dann komme ich nicht in den Flow beim Schreiben. Und das ist die Beschädigung durch das Ding. Und ich glaube, ich löse das dann immer eher, indem ich dann noch 20 Reflektionsebenen versuche, in den Artikel irgendwie einzuziehen und damit irgendwie deutlich zu machen, was ich eben nicht meine oder mit welchen Lagern ich mich nicht gemein machen möchte. Aber das gelingt nicht immer. Ich glaube schon, dass ich manchmal Sachen nicht so deutlich sage, wie ich sie sagen könnte, weil da auch eine Angst ist. Wir sind ja alle in unserem Denken nicht rein. Also wir sind ja alle geprägt von ganz vielen Vorurteilen, die wir unbewusst mit uns tragen. Und wenn man dann jemanden, der daran aufhängt, dass hier etwas wieder sichtbar geworden ist, was eigentlich uns alle angeht, das verzerrt die Debatte auch total. Man will ja auch geliebt werden von seinen Lesern irgendwie oder man hat vielleicht Angst vor dem Liebesentzug eines Milieus, in dem man auch unterwegs ist oder in dem man auch sozialisiert ist. Und ich habe Angst, dann von meinen Freunden missverstanden zu werden, die dann vielleicht auch nur Überschriften lesen, die ja zwangsläufig oft ein bisschen provokanter sind. Oder auch Angst vor dem Zeitungsmilieu, vor dem Journalisten-Milieu. Also in dem gibt es sehr, sehr viele Freigeister und Leute, die frei denken und die ganz toll schreiben. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die sich eben auf eine bestimmte ideologische Agenda eingeschworen haben, ohne dass sie das glaube ich selber unbedingt so wissen. Und so sind Irrtümer und Fehlentscheide kein Skandal, sondern unvermeidlich. Wie wäre es, wenn wir uns darauf einigen könnten? Die Angst vorm Ausschluss aus der Gruppe. Es mag ein wenig überraschen, aber ein Blick in die Tierwelt kann da weiterhelfen. Denn dort organisieren sich auch einzelne Tiere in einer großen Gruppe. Etwa um sich gegen Angreifer zu verteidigen. Logisch, zusammen ist man stärker. Was hat das mit den Debatten von heute zu tun? Auch dort gibt es den Reflex, sich mit einer Gruppe, einer Partei oder mit einem Lebensstil zu identifizieren. Nils Altland hat einen Experten gefragt, was da eigentlich für Mechanismen greifen. Warum gibt es in politischen Debatten so oft nur schwarz und weiß? Wo sind die Grautöne? Für den Philosophen Philipp Hübel liegen die Gründe in urmenschlichen Bedürfnissen. Die Anthropologen haben das relativ gut nachgewiesen, dass Menschen dazu neigen, sich immer Gruppen zu suchen, mit denen sich identifizieren. Und früher war das so, ich wurde in viele Gruppen hineingeboren. Also man war Westfale oder Preuße, man war Protestant oder Katholik. Und jetzt durch die Moderne, aber auch durch den Wohlstand und die Globalisierung haben wir die Chance, unsere Identitäten selbst zu suchen. Und dieser Mechanismus, uns in Gruppen abzugrenzen, ist immer noch da. Aber wir können uns jetzt plötzlich ganz viele neue Gruppen gründen. Ich kann in die Gruppe der radikalen Radfahrer gehen auf Twitter oder ich kann Veganer werden. Ich kann eine neue Religion nicht anschließen. Und sobald sich Menschen einer Gruppe anschließen, fangen sie ganz schnell an, sich mit der Gruppenidentität zu identifizieren. Sie wollen dazugehören und sie wollen sich gegen die Gegengruppen abgrenzen. Soziale Netzwerke verschärfen diese Tendenz. Zu jedem noch so extremen Position kann ich eine Gruppe finden, kann mich da in eine fast schalldichte Echo-Kammer begeben, kann meine Meinungen verstärken, kann mich austauschen. Das heißt, wie in ganz vielen anderen Bereichen arbeiten die sozialen Medien mit archaischen Instinkten, die wir haben und versuchen, die gerade zu verstärken und zu befördern. Wir gegen euch. Denken wir wirklich immer mehr in dieser Stammeslogik? Soziale Medien, das heißt in erster Linie, kommunizieren mit dem eigenen Stamm, den eigenen Followern. Stellt sich die Frage. Wer hört jetzt hier eigentlich alles zu? Also bei Twitter, öffentlich, wer guckt mich an? Ist es den Menschen immer zuerst wichtig, die richtigen Signale an die eigene Gruppe zu schicken? Also erstmal der Gruppe zu signalisieren, ich gehöre dazu, ich habe die richtige Moral. Und die Menschen überschätzen aber die Moral der eigenen Gruppe. Sie glauben immer, die Gruppe ist viel extremer, als sie in Wirklichkeit ist. Denn im Netz fehlen uns soziale Signale, die uns im persönlichen Gespräch Orientierung geben. Kritische oder wohlwollende Blicke, zustimmendes Nicken oder ablehnendes Kopfschütteln. Man weiß nicht, was der andere genau für eine Meinung hat. Man hat ja keinen Test eingeholt mit zehn wichtigen Fragen zu moralischen, politischen Themen. Sondern man muss eine Schätzung abgeben und man möchte auf keinen Fall auf der falschen Seite stehen. Man möchte nicht ein Signal senden, das vielleicht mehrdeutig ist oder nicht eindeutig zuortbar ist. Das heißt, nehmen wir nochmal das Beispiel Einwanderung. Die Linken sind für Einwanderung, die Rechten sind dagegen. Was mache ich jetzt, wenn ich in der Mitte bin? Ich sage, naja, ich bin für Einwanderung, aber es soll auch reguliert werden. Das könnte so klingen, wenn ich sage, es soll reguliert werden, als gehöre ich zu den Rechten. Ich möchte aber nicht zu den Rechten gehören. Aber ich bin jetzt auch nicht am linken Rand. Was kann ich machen? Ich würde eher dazu tendieren, vielleicht nichts zu sagen, weil ich nicht falsch verstanden werden müsste. Profile in sozialen Medien zeigen immer nur einen kleinen Ausschnitt der Persönlichkeit. Aber viele Menschen unterscheiden nicht zwischen dem Inhalt eines Posts und der Person. Wenn jemand etwas sagt, könnte man ja auch sagen, das, was du behauptest, dein Argument ist nicht besonders gut. Ist vielleicht sogar rassistisch, was du gesagt hast. Aber das heißt noch nicht, dass du als ganze Person ein Rassist bist oder dass du als ganze Person moralisch verwerflich bist. Aber die meisten Menschen sind eben keine Philosophen. Argumente nicht danach zu unterscheiden, wer sie sagt, sondern wie sinnvoll sie sind, das fällt vielen schwer. Doch in einer Demokratie ist das unerlässlich. Der Schwenk von der Sache auf die Person. Die bekommt eine Gruppe in Deutschland seit einiger Zeit besonders heftig zu spüren. Von Politikerinnen und Politiker. Und oftmals auf lokaler Ebene. Menschen, die nie in der Tagesschau oder im Heute-Journal zu sehen sind, sondern die den Laden vor Ort in den Kommunen, in den Städten am Laufen halten. Das Rückgrat der Demokratie sozusagen. Und diese tragenden Säulen werden angegriffen. Die Briefe haben zum Inhalt, dass man mich beschimpft, dass ich korrupt bin, dass ich inkompetent bin und dass ich aus diesem Amt gehöre, dass man mich raustreiben will. Und eben so weit, dass man mir Angst macht. Mit rechter Hetze, mit Hakenkreuzschmierereien auf meinem privaten Pkw, auf meinem Grundstück, mit entsprechenden Zetteln in meinem Briefkasten, wo mir gemeinsam mit der Antifa die Vergasung angedroht wird. Und ja, nach einigen schlaflosen Nächten habe ich dann ganz klar entschieden, das geht so nicht. Deswegen bin ich auch heute hier, um offen zu sagen, was eigentlich mir trotzdem schwerfällt, von Gefühlen zu sprechen, von Verletzungen zu sprechen. Dass ich eigentlich zum Beispiel eine sehr starke Frau habe, eine richtige Powerfrau, die bis heute in psychotherapeutischer Behandlung ist. Weil Codebriefe, die kommen, wenn man in die reingreift, weil die Bedrohungen, die über lange Zeit bei uns waren, wir hatten ein Dreivierteljahr lang Polizeischutz, also rund um die Uhr, weil das ja ganz viel macht. Wir sind es als Politikerinnen und Politiker gewohnt, beschimpft zu werden und das auch in übler Form. Und auch ich habe das jahrelang ausgehalten. Im Fall Lüchte war meine Grenze deutlich überschritten. Ich habe konkrete Morddrohungen, es gab Vergewaltigungsaufrufe gegenüber meiner Frau, es gab Aufrufe gegenüber meinen Kindern, die sind 1 und 3 Jahre alt. Das ist ja total gaga. Der Hass trifft diese Menschen auf Plattformen wie Facebook oder Twitter. Müssten also nicht die Betreiber dieser Plattformen stärker dafür sorgen, dass all das so schnell wie möglich wieder verschwindet? Immerhin verdienen sie Milliarden damit, dass ihre Plattformen weltweit genutzt werden. Das klingt erstmal nachvollziehbar. Doch mehr Verantwortung für die Plattformen birgt auch Gefahren für die Meinungsvielfalt. Tim Kuckrall. Minneapolis in den USA. Ende Mai protestieren Menschen hier gegen Polizeigewalt. Nach der brutalen Tötung des schwarzen George Floyd. Nachts kommt es zu Ausschreitungen. Präsident Donald Trump reagiert darauf mit einem Tweet, in dem er droht. When the looting starts, the shooting starts. Wenn geplündert wird, dann wird auch geschossen werden. Twitter blendet den Tweet aus, wegen Gewaltverherrlichung. Wer ihn trotzdem sehen will, muss bestätigen, dass er diese Warnung gelesen hat. Ein Eingriff, den Twitter bis dahin stets ablehnte. Jahrelang taten soziale Netzwerke kaum etwas gegen Hass und Hetze auf ihren Plattformen. Kritik daran richtete sich vor allem gegen den mächtigsten Social-Media-Konzern, Facebook. Es gibt immer noch Anlass zur Sorge, wie sich Facebook verhält. Unser Problem besteht im Moment darin, dass strafbare Inhalte nicht gelöscht werden. Markus Beckedahl beobachtet die sozialen Netzwerke seit vielen Jahren. Er sagt, sie hatten lange gar kein Interesse daran, einzugreifen. Das Geschäftsmodell von Facebook ist, unsere Aufmerksamkeit so lange wie möglich zu binden, um möglichst viele Werbeplätze verkaufen zu können. Und dafür hat man Mechanismen geschaffen, die auch Emotionen wie Wut und Hass bevorzugt durchlassen. Weil das führt zu Interaktionen, das führt dazu, dass die Aufmerksamkeit länger auf der Plattform bleibt. Und das führt dazu, dass man mehr Werbung verkaufen kann. Und mit anderen Worten, Facebook hat ein Geschäftsmodell aufgebaut, wo Hass ein wesentlicher Bestandteil ist. Ein Geschäftsmodell, das vor ein paar Jahren erstmals an seine Grenzen stößt. Der Skandal um Cambridge Analytica deckt auf, wie skrupellose Firmen Facebook-Daten verwendet haben, um Wähler zu manipulieren. Ein Wendepunkt für Facebook. Seitdem muss der Konzern etwas tun, gegen seinen ramponierten Ruf. Vor kurzem stieg der Druck erneut. Aus Protest gegen den Hass schalteten Großkonzerne wie Coca-Cola, Unilever und Levi's für einen Monat keine Werbung auf Facebook. Das hatte zumindest einen kurzfristigen Effekt, der immer zu derselben Kommunikationsstrategie von Facebook führte, die wir immer sehen. Jede Woche aufs Neue. Sorry, es tut uns leid. Wir haben verstanden, wir geloben Besserung. Letztlich haben die Imageprobleme Facebook und Twitter dazu getrieben, mehr gegen Hetze und Falschinformationen auf ihren Plattformen zu tun. Sogar, wenn es gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten geht. Doch soll man ihnen diese Verantwortung überlassen? Eine Diskussion, die auch in Deutschland geführt wird. Niemand darf unterdrückt werden, auch wenn er noch so mächtig ist. Da muss es andere Mechanismen geben und die muss der Staat vorgeben. Und ein Eingriff in die Meinungsvielfalt durch einen Anbieter sozialen Netzwerkes, durch die Korrektur einer aus seiner Sicht verwirrenden oder irreführenden Meinung, ist ein Problem, auch wenn ich das Dilemma sehe, dass man bei bestimmten Gefahren dazu geneigt ist einzugreifen. Die Eingriffe der sozialen Netzwerke gegen Trump und andere, in den USA werden sie noch viel heftiger diskutiert. Vor allem von rechts wird scharf geschossen gegen Facebook und Co. Bereits vor einem Jahr sprach man bei Fox News alarmierend von einem Krieg der sozialen Medien gegen die Meinungsfreiheit. Es reicht nicht zu sagen, dass die sozialen Medien die Linksliberalen bevorzugen. Man muss dagegen ankämpfen. Und so hofiert der Sender den Gründer von Parler, einem sozialen Netzwerk, das Fox News als konservative Alternative zu Twitter anpreist. Viele Leute wollen eben einer Plattform beitreten, wo sie einfach diskutieren können. Freiheit auf einer neuen Plattform namens Parler. Wenn Fox News jetzt Alternativplattformen wie Parler empfiehlt, dann liegt es daran, dass halt die Neurechten, die Konservativen in den USA mit ihrem Hass, mit ihren Falschinformationen, gerade auch durch Medien wie Fox News getrieben, so ihre eigene Realität aufgebaut haben. Und Facebook sich mittlerweile entscheiden muss, möchte man in die Geschichte eingehen als die Plattform, die quasi einer alternativen Realität, einer Welt voller Falschinformationen und voller Hass irgendwie den Weg bereitet hat. Oder möchte man als Plattform nachhaltig existieren, wo sich auch der Rest der Gesellschaft, die in der normalen Realität leben, wohlfühlen. Letztlich entscheidet sich Facebook immer für das Modell, das die meisten Nutzer bringt. Welche Instanz bleibt da noch, wenn die Plattformbetreiber Hass und Hetze nicht unterbinden? Klar, die Justiz. Vielleicht erinnern sie sich noch an die Beleidigung gegen Renate Künast. Die grüne Bundestagsabgeordnete musste sich allerlei Dreck anhören. Hier mal ein paar Beispiele, und das sind noch nicht die schlimmsten. Diese hohle Nuss gehört entsorgt, auf Mülldeponie, aber man darf ja dort keinen Sondermüll entsorgen. Pfui, du altes grünes Dreckschwein. Oder knatter sie doch mal einer so richtig durch, bis sie wieder normal wird. Einige Richterinnen und Richter am Berliner Landgericht sahen solche Sätze noch als zulässig an. Ich verstehe das nicht wirklich. Und Renate Künast augenscheinlich auch nicht. Dass insbesondere Frauen immer mit abwertenden Begriffen über Körperteile bedacht werden, was es übrigens bei Männern gar nicht gleichermaßen gibt. Und welche Wirkung das eigentlich auf Frauen hat, so heruntergemacht zu werden, mich hat das einfach angestunken. Und ich war eigentlich fassungslos, dass ein Richter und zwei Richterinnen an so einer Stelle meinen, dass solche Begriffe sich eine Politikerin anhören müsste. Gerade noch als politischer Diskurs. Ich glaube, kein einziges Thema ist ein Sachzusammenhang, der solche Herabwürdigungen irgendwie rechtfertigen kann. Das hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Diese erste Entscheidung des Gerichts wurde dann auch später größtenteils gekippt. Das zeigt, Hass und Hetze mit dem Strafgesetzbuch Einhalt zu gebieten, ist möglich. Aber es muss auch der Wille da sein. Caroline Schmidt. Es trifft Journalisten, Politiker, Anwälte, Künstler. Menschen wie Dunja Hayali, Peter Tauber, Sida Basayyildiz, Mike Mohring, Idil Baida. Sie alle haben anonyme Morddrohungen erhalten. Die Absender, Rechtsextremisten. Betreff Warnung. Guten Tag. Verabschiede dich. Geben Sie den Wahlkampf auf. Du wirst bald zum letzten Mal das Tageslicht sehen. Wir werden versuchen, sie auf der nächsten öffentlichen Veranstaltung niederzustechen. Wir verfolgen dich. Wir sehen dich. Und morgen bist du tot. Das ist eine Warnung. Eine zweite wird es nicht geben. Es ist gefährlich, in der Öffentlichkeit zu stehen, seine Meinung zu sagen, Haltung zu zeigen. Nicht nur im anonymen Netz wird heute gehetzt, sondern auch auf offener Straße. Wenn Politiker als Kindermörder bezeichnet werden, weil sie Kinder impfen wollen, finde ich das richtig. Widerstand! Lügenpresse! Rauf auf die Fresse! Ihr werdet noch abgeurteilt. Wartet's ab! Das rufen Demonstranten. Redner wie Attila Hildmann sind noch brutaler. Herr Volker Beck, das ist ein Politiker der Kinderfickerpartei Die Grünen. Ja? Also wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck hier einführen, indem man ihn nie zertretet auf dem öffentlichen Platz. Das klingt wie eine handfeste Morddrohung. Und die Justiz? Lässt sich Zeit. Wie so oft. Viele haben Zweifel an der Strafbarkeit. Solche Aussagen seien empörend und übelste Hetze, erklären Juristen aber nicht rechtswidrig. Auch die ermittelnde Staatsanwaltschaft sagt, sie sehe bisher keine Handhabe. Strafrechtsprofessor Matthias Jahn findet das problematisch. Wenn es Einzelne gibt, die in der Öffentlichkeit sich mit solchen extremen Äußerungen straflos artikulieren können, dann folgen möglicherweise andere, die bisher gezögert haben, diesem negativen Vorbild. Fatal. Zumal die Äußerungen aus seiner Sicht womöglich strafbar sind. Man muss eben nicht nur auf den Wortlaut dieser Äußerung schauen, sondern das, was Herr Hildmann damit bezweckt, nämlich das Volk zu verhetzen gegen Einzelne, die sich mit politischen Meinungen der Öffentlichkeit exponieren. Und dann käme man zur Strafbarkeit. Solche Reden peitschen auf, sagt auch die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf. Das Schüren von Hass ist in Bezug auf einzelne Personen genauso verwerflich wie in Bezug auf einzelne Bevölkerungsgruppen. Auch wenn es da nicht unbedingt gleich zu größeren sozialen Verwerfungen kommt. Aber es kann eben dann auch zu einzelnen Taten kommen. Eine gefährliche Situation. Das finden immer mehr Politiker und Juristen. Viele Bundesländer wollen nun stärker gegen Hass vorgehen. Einige haben dafür sogar Zentralstellen in ihren Staatsanwaltschaften eingerichtet. So haben etwa Nordrhein-Westfalen und Hessen in ihren Zentralstellen sich darauf spezialisiert, auf entsprechende Meldungen der großen Betreiber sozialer Netzwerke wie Facebook, wie Google, wie Twitter zu reagieren. Und das zeitnah zu tun. Und das auch mit Expertenwissen zu tun. Schnelles Vorgehen gegen Hass im Netz und auf der Straße. Das kostet Geld, sei aber nötig. Man muss für die wirklich krassen Fälle Strafverfolgung betreiben. Sonst bleibt das, was der Staat androht, eine leere Drohung. Und der Staat läuft Gefahr, sich lächerlich zu machen. Weil die Äußernden merken, dass sie sozusagen gefahrlos einfach einmal im Netz oder im öffentlichen Raum Angriffe starten können, ohne Gefahr zu laufen, tatsächlich mit Strafe belegt zu werden. Das Umdenken setzte ein nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Im Vorfeld hatte es viel Hetze im Netz gegeben. Früher hätte man solche Fatzkes geteert, gefedert und mit der Mistgabel durch die Straßen getrieben. Diese Hans-Wurst gehört gelünscht. Die KZs sind ja leider außer Betrieb. Und dann war der Politiker tot. Und genau das ist das Problem, wenn man mit solchen Gewaltfantasien hausieren geht und Menschenmengen aufpeitscht. Das ist erfahrungsgemäß eine Brücke zum Handeln, wenn auch nicht notwendigerweise unmittelbar bei dem, der da spricht, aber vielleicht bei anderen. Und es gibt auch keinen Grund, keinen Vernünftigen, das hinzunehmen. Der Bundestag verschärfte kürzlich wieder die Gesetze gegen Hassrede. Schritte, die irgendwann Wirkung zeigen werden. Wir sind darauf angewiesen, dass sich Bürgerinnen und Bürger exponieren, im öffentlichen Meinungskampf positionieren und politisch engagieren. Und wenn wir das dadurch gefährden, dass wir Extremisten zu großen Raum einräumen, dann ist das eine Entwicklung, die gefährlich ist und die für unsere Demokratie auf eine schiefe Ebene führen kann. Die Justiz rüstet sich zum Kampf gegen den Hass. Auch wenn das im Fall Hildmann noch nicht zu merken ist. Die Staatsanwaltschaft hat nach zwei Monaten immer noch keine Anklage erhoben. Das war es von Zapp. Ihnen einen schönen Abend. Hier geht es jetzt weiter mit 7 Tage unter Pfadfindern. Tschüss.